Endlich Wochenende könnte man meinen, nach dieser turbulenten Zeit ist es vielleicht mal nicht schlecht, wenn man mal ein bisschen Pause machen kann. Wobei ich sagen muss, eigentlich läuft es doch ganz gut. Gucken wir es uns mal an, was wir jüngst bekommen haben und dann überlegen wir mal, was wir draus machen können. Hier den 5-Minuten-Chart finde ich ganz nett beim Dow Jones. YM, nicht wundern, das ist das Kürzel für den Future-Kontrakt, dass das die großen Player im Markt sich vorrangig angucken. Also deshalb ist das immer eine ganz gute Orientierung. Ihr seht, wir hatten ja gestern schon drüber gesprochen, da sah das noch irgendwie so aus. Machen wir ganz kurz Manöverkritik im Nachhinein. Da sah das noch so aus, da haben wir gesagt, das ist doch so halbwegs fünffällig und vor allen Dingen, es ist überlappungsfrei. Ich hatte es angedeutet, fünfte Welle kann lang sein, Extended Fifth als Stichwort entscheidend ist. Kommt danach etwas Wackeliges nach oben oder kommt etwas Starkes nach oben? Wackelig, ich weiß, viele ärgern sich über den Begriff und sagen, dann sag es doch vernünftig. Okay, etwas Korrektives oder für die Anfänger dreiwellig oder mehrwellig, dann aber mit Kursüberschneidung, damit man eben sieht, dass es nicht die Haupttrendrichtung ist. Wir gucken mal, wir haben eine Aufwärtsrichtung. Das sieht schon entweder dreiwellig aus, indem man sagt, okay, wir haben hier vorne einen Anstieg, wir hatten hier eine Pause und dann das. Oder wenn ihr sagt, ja, hätte ich jetzt ganz anders gesagt, ich hätte gesagt, das ist die Bewegung. Naja, dann haben wir die Gegenbewegung hier ebenfalls überschneidend. Also es bleibt bei Korrektivmuster. Also spätestens da konnte man schon sagen, bis dahin sieht es alles korrektiv aus. Und auch was wir hier sehen, ihr seht der nächste Rücksetzer ebenfalls wieder in diesen Bereich rein. Es ist also aufwärts, es ist aber korrektiv und damit die falsche Richtung. Das war die richtige Richtung, weil die nicht überlappend ist, weil die stark ist, weil sie eben eine typische Hauptrichtung andeutet. Und dementsprechend könnt ihr immer so orientierungsmäßig die Hochs hier rausnehmen, sagen, das Tief dazwischen ist ein möglicher Trigger für die Einstiegsseite. Jetzt habt ihr ein neues Hoch, das heißt, das letzte Hoch ist hier, das vorletzte Hoch ist da. Das heißt, der Trigger ist dann quasi dieses Tief. Also das ist relativ einfach der Zusammenhang. Kurzer Warnhinweis, das funktioniert natürlich nicht immer. Aber die Chance damit vorrangig richtig zu legen und zu erkennen, was die stärkere, was die schwächere Seite ist, für welche Richtung ihr euch entscheiden solltet, da hilft das aus meiner Sicht ungemein. Also aufwärts, ganz offensichtlich korrektiv, die Abwärtsseite war stark, Orientierung auf der Short-Seite und dann eben entsprechend zwischentiefs als ein Entry-Trigger nutzen. Dann kam natürlich noch die Nacht dazwischen. Wir hatten gestern ein bisschen drüber gesprochen, hatte ich schon angedeutet, im Zweifelsfall müsst ihr das, was in der Nacht passiert, rausrechnen. Viele fragen sich, inwieweit ist denn der Nachthandel, das ist doch weltweit, gucken doch die Menschen da drauf. Erfahrungsgemäß ist der Nachthandel europäischer Zeit auch nicht attraktiv für diesen Markt. Da sind nicht so viele Bewegungen, das ist viel erratischer, es ist viel mehr Zeit totschlagen. Die Japaner gucken nicht so sehr auf den amerikanischen Markt in der Umsetzung, wie das die Europäer beispielsweise machen. Auch deshalb, weil es da wenigstens eine Zeitüberschneidung gibt. Aber während Japan aktiv ist, ist der Rest der Welt mehr oder weniger am Schlafen. Klar, die Australier noch, klar die Chinesen. Die Chinesen sind aber auch wesentlich weniger engagiert im amerikanischen Markt. Also der Einfluss aus Fernost und dem Pazifikraum, jetzt mit Australien, Neuseeland, ist nicht so sehr groß. Deshalb sind das häufig, also kann auch mal Zeiten geben, wo da eine heftige Bewegung ist, aber sehr häufig wird in der Zeit einfach nur was, also Zeit totgeschlagen. So, man kann das trotzdem nutzen, man kann es trotzdem beobachten. Es ist ja trotzdem wackelig nach oben. Also es gibt immer noch, also wenn man jetzt ganz streng argumentiert, würde man immer noch sagen, Mensch, Würdiger, das ist doch hier, ja, fünfwellig, überlappungsfrei, immer noch nach unten. Und es ist ja immer noch überschneidend nach oben. Also es hat sich an der Einstellung, dass die Abwärtsseite die richtige ist, nach wie vor nichts geändert. Und spätestens dann in den europäischen Stunden dann wieder, ihr seht, auch hier wieder überlappungsfrei runter, auch hier wieder dreiwellig nach oben. Auch hier wäre ein Hardcore-Trigger gewesen, wenn man will. Oder wenn man sagt, na, das ist alles außerbörsliche Zeit, so mehr oder weniger, das ist mein Trigger. Aber ihr seht in etwa, worauf das hinausläuft, dieses Verhaltensmuster, auch wenn das manchmal doof aussieht. Deshalb habe ich gedacht, ich nehme mal dieses Beispiel, damit ihr das so ein bisschen zurecht rücken könnt für euch. Ihr seht, also das ist jetzt hier von hier in etwa Nachthandel Amerika und bis hier jetzt so die vorbörsliche Zeit Amerika. Klar, heute kamen jetzt natürlich noch die US-Arbeitsmarktdaten dazu, die um 14.30 Uhr dann aufgetreten sind. Wenn man das mal so sagen will, können wir mal schnell angucken, wie die aussehen. Dann sehen wir, dass wir bei den Non-Farm-Payrolls mehr zwar als erwartet hatten, aber weniger als zuvor. Offensichtlich hat das die Marktteilnehmer aber nicht wirklich überzeugt. Unemployment Rate ist unverändert geblieben, wie erwartet worden war. Also ihr seht hier ungefähr die Zahlen, lest es selber. Aber als Charttechniker interpretiere ich die Daten selber auch nicht. Mir ist egal, was ich für eine Meinung habe dazu. Ich vertraue mir da eh nicht. Aber ich vertraue den Marktteilnehmern und die verhalten sich eben ganz typisch. Und dementsprechend, wenn dann entsprechende Marken nach unten getriggert werden, dann ist davon auszugehen, das ist immer so der ganz grobe Orientierungsrahmen, das, was wir vorne haben, ist das, was ist da hinten. Theoretisch hier war das hoch, was wir eben auch nochmal bekommen. Das ist natürlich nicht immer so perfekt, wie das jetzt hier ist, aber es sind Orientierungshilfen für all diejenigen, die sagen, ja, das taugt alles nichts, ich weiß immer nicht, was ich da machen soll. Es hilft manchmal, wenn man sagt, okay, dann weiß ich wenigstens schon mal in welche Richtung, dann weiß ich wenigstens schon mal in welche Größenordnung ich mit irgendeiner Bewegung rechne. Nur das ist es. Es ist nicht ein Beweis, so und so passiert es, aber es ist aus meiner Sicht eine Hilfestellung. Deshalb versuche ich euch das immer wieder zu zeigen an verschiedenen Beispielen, manchmal an schönen, mustergültigen Beispielen, manchmal ein bisschen an hässlichen oder verwinkelten Beispielen, damit ihr das Auge dafür schult und sagt, jetzt erkenne ich das auch, jetzt habe ich zumindest mal die Chance, dass ich eher auf der richtigen Seite unterwegs bin. So, was haben wir jetzt heute Nachmittag zu erwarten? Im Moment geht es nach oben und im Moment geht es überlappungsfrei nach oben, denn das ist jetzt hier der nächste Rücksetzer, das ist noch höher. Das heißt, wenn der jetzt wieder hoch geht, wären wir überschneidungsfrei nach oben, die nächste Korrektur nach unten. Und ihr seht, es ist genau das gleiche Prinzip, nur in die andere Richtung halt in dem Fall. Was passiert, wenn er nicht überschneidungsfrei nach oben geht? Wenn er jetzt hier irgendwie so nach oben geht, dann sind wir wieder in diesem Muster und dann wäre vorrangig die Abwärtsseite die richtige, die ich dann handeln würde. Allerdings vorsichtig mit der 1 zu 1 Projektion, das gilt für die dritte Welle. Wenn es jetzt hier so aussähe, dann wäre das ja schon die erste, das wäre die dritte und dementsprechend ist das die fünfte. Und die fünfte ist nicht notwendigerweise genauso lang wie die vorherige. Sie orientiert sich häufig auch gerne an der ersten Welle. Witzigerweise wäre das jetzt ungefähr gleich lang. Also insofern könnte man schon versuchen, na okay, vielleicht kriegen wir noch mal sowas in etwa wieder hier in dieser Richtung. Vielleicht orientiert sich das auch dahin. Aber also bitte geht nicht davon aus, dass die fünfte automatisch immer so lang ist wie die vorangegangene Bewegungswelle. Aber zumindest richtungsmäßig wäre mir schon mal ajour, dass die Abwärtsseite die bevorzugende ist. Und ihr seht, dass ich das so vorsichtig ausdrucke, ausdrucke vor allen Dingen, ausdrücke. Das heißt nicht, dass das genau immer so ist, aber bevorzugend heißt, es ist die wohl eher richtige Richtung. Das heißt, die Short-Seite würde ich hier vorziehen. Manch einer hat ja auch Handelsansätze, die noch auf anderen Ideen fußen. Wenn ihr das wollt, ist das völlig okay. Natürlich, ihr müsst es ja nicht so puristisch machen, wie ich das immer angucke. Aber dann habt ihr vielleicht eine Art Filtermöglichkeit, dass ihr sagt, ah, Signale vorrangig also in die eine oder in die andere Richtung. Bevor sich dieses Bild jetzt einbrennt, das ist jetzt nicht gesagt, dass das passiert. Achtet, wie gesagt, darauf bleiben wir überschneidungsfrei. Geht es fünffällig nach oben, geht es dann wackelig runter. Dann ist es eine Long-Idee. Das weiß ich jetzt noch nicht, muss ich jetzt aber noch nicht wissen. Das heißt, zu exakt diesem Zeitpunkt überlege ich hier überhaupt gar keinen Trade aktuell. Ist für mich also ein Trade völlig uninteressant, zu diesem aktuellen Zeitpunkt da was zu machen. Wenn sich das Bild aber so ergibt, dann bin ich da wieder auf jeden Fall im Boot. Schauen wir mal bei den Kollegen, wie sieht es beim S&P aus? Also die Grundidee, nochmal ganz kurz, dass sich das ins Auge so ein bisschen, dass sich das Auge dran gewöhnt. Schub runter, ganz klar wackelig hoch. Das ist nochmal der Nachthandel. Ebenfalls 1, 2, 3, 4, 5, wackelig hoch. Theoretisch kann man das gedanklich auch rausnehmen. Getriggert auf der Unterseite, letzte hoch, vorletzte hoch. Hier wäre vielleicht ein bisschen aggressiver. Könnte man vielleicht auch als ein Short-Entry genutzt haben. Ansonsten den hier. Und dann eben in dem Fall ist sogar die Fortsetzung weiter noch gegangen als die. Wenn die länger ist und je länger die ist im Verhältnis zu der ersten und sie ist ja nun mal länger hier im Moment. Je länger das hier ist, desto eher könnt ihr davon ausgehen, dass da noch mehr Potenzial nach unten ist. Also, dass es nicht nur bis dahin geht, sondern dass wir vielleicht tatsächlich nochmal nach unten weiter die Fortsetzung kriegen. Und es deutet sich ein bisschen an, denn das, was ich eben gesagt habe mit der Überschneidung, hier haben wir sie. Wir sind in einer Aufwärtsbewegung. Die Gegenbewegung hier und die aktuelle Gegenbewegung überschneiden sich. Kein gutes Zeichen für die Bullen. Kein so gutes Long-Zeichen. Also, ich würde sagen, es bleibt vorläufig eher bei der Abwärtsrichtung. Und ich sage das bewusst eher bei der Abwärtsrichtung. Das ist also nicht zwangsweise und immer so, aber es ist vorzugsweise die Richtung. Liegt man falsch, na gut, dann wird man halt ausgestoppt. Darüber haben wir die Tage gesprochen, wo die Stops liegen. Das können wir ein andermal nochmal wieder in der Breite erklären. So, Nasdaq, genau das Gleiche. Der ist gerade auch so halbwegs dran mit der Überschneidung. Der ist noch nicht ganz so weit. Ihr seht, ich hatte hier eine Long-Idee. Für die Long-Idee müsste es wackelig runtergehen. Trigger auf der Oberseite. Das wäre ja theoretisch noch denkbar, aber ihr seht, naja, noch wäre es dreiwellig. Aber dann wären die Entry-Trigger für die Long-Seite erst wieder hier oben irgendwo da oder hier. Streng genommen sogar da oben. Das ist noch weit weg. Also die Long-Idee würde ich vorläufig mal in die Pause schicken. Das ist es im Moment noch nicht. Aber nehmt man mal an, der macht jetzt irgendwie das, 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 das. Also hier auch wieder überschneidend, hier in der Abwärtsseite. Dann ist das korrektiv. Und dann wären solche Zwischenhochs oder wo auch immer dann das letzte Zwischenhoch ist, wären das Long-Einstiege. Solange das nicht passiert, also diese Zwischenhochs weder gebildet noch angesteuert werden und überschritten werden, gibt es keinen Grund hier auf die Long-Seite zu wechseln aus meiner Sicht. Also im Moment Longs also eher in der Pause. Ich hatte es ja angedeutet, dass mir das übergeordnet auch gar nicht so gut gefällt. Aufgrund dieser korrektiven Situation hier hinten schon eher, gar keine Frage, weil das sieht schon stark aus, schwach aus und so weiter. Aber das Gesamtbild gefällt mir noch nicht. Also ich tue mich wahnsinnig schwer, jetzt hier die Long-Seite richtig gut zu finden. Ich hatte neulich gelesen, sagte jemand, ja, es geht ihr nur alle short. Witzigerweise bin ich bei den meisten Aktien nicht short. Wir sind, also wir haben mehrere Ansätze. Das eine, das sind die Bornbars, das kennt ihr ja. Da sind wir ja immer in beide Richtungen vorbereitet und lassen uns triggern, wohin der Markt auch immer geht. Aber nach diesem Ansatz, was ich jetzt hier gerade zeige, habe ich relativ wenig auf der Short-Seite. Wir haben so ein paar Aktien, die auf der Short-Seite da interessant sind, aber viel, viel mehr auf der Long-Seite, die entweder schon laufen oder die jetzt sich so halbwegs vorbereiten, um dann jetzt erst den Einstieg zu haben. Also das, was wir hier bei den Indizes sehen, ist nicht notwendigerweise immer automatisch das, was bei allen Aktien ist. Also, obwohl ich indexmäßig nicht sehr glücklich bin mit der Long-Seite, wenn ich ehrlich bin, zumindest mal nicht bei S&P und Nasdaq, das muss ich dazu sagen, ist es bei vielen Aktien allerdings so, dass das Bild tatsächlich eher für die Long-Seite spricht. Aber Einzelaktien, viele heißt nicht die Mehrheit notwendigerweise, aber es gibt auch eine ganze Reihe dort, wo dieses Bild quasi ähnlich aussieht. Ich hatte neulich mal irgendwo Meta beispielsweise mal angesprochen, aber es gibt ganz, ganz viele noch. Das wäre jetzt hier für das Index-Update sicherlich nicht das Richtige. Aber bei den Einzelaktien ist das Bild unter Umständen noch anders. Aber S&P und Nasdaq, ich weiß nicht, so sieht das nicht aus, wenn der Markt begeistert ist und richtig Lust hat, hier einzusteigen. Gucken wir nochmal nicht nur auf den Dow Jones, den hatten wir am Anfang, gucken wir auf den DAX. Der DAX ist ja ähnlich wie der Dow Jones eigentlich in einer guten Situation. Der gefällt mir, ähnlich wie der Dow Jones, durchaus für die Long-Seite. Und das Schönste, was mir jetzt passieren könnte, wäre, dass er wackelig, nein, so natürlich nicht, aber dass er wackelig hier nach unten kommt, das fände ich klasse. Denn, also ob das jetzt sofort passiert oder erst etwas später, denn das würde bestätigen, dass das eine echte starke Richtung ist. Das würde bestätigen, dass die Abwärtsseite die schwache, also das noch nicht alleine, aber wenn er dann hier durchgeht, dass das die schwache Seite ist, die dann beendet ist und dass der Kurs mehr Potenzial nach oben hat. Also es gibt eine ganze Reihe Aktien, einzelne, die ungefähr so aussehen, mal mehr, mal weniger, gut von der Optik her. Ich will gar nicht für einzelne Titel jetzt Werbung machen, ich habe irgendwie Fraport im Kopf, aber ich bin gar nicht sicher, wie das aussah, ob das ein Long oder Short war. Aber Fraport hat mir zum Beispiel mal angeguckt. Adidas ist leider von der ersten Welle nicht ganz so schön, aber schaut euch selber ruhig mal einzelne Aktien an, auch zum Üben, wenn ihr wollt, wie das da aussieht. Aber wir bleiben ja hier bei den Indizes, wollen keine einzelnen Aktien jetzt hier breittreten, aber hier seht ihr, der Schub ganz klar nach oben, wenn das wackelig nach unten kommt, A, B, C oder eben so in irgendeiner Form Korrektivmuster. Wer es fachmännisch ausgedrückt haben will, ein Zigzag, ein Flat, Double Zigzag, Double Sideways beispielsweise als Korrekturbewegung, der kann dort sagen, am Ende dieser Bewegung, sobald sich das abzeichnet, dann in die Trendrichtung wieder rein. Die Chancen dafür sind da. Jetzt finde ich es nicht attraktiv, dort einzusteigen, denn ein Wort für die Profis. Es gibt eine Flat-Korrektur und die sieht ziemlich genau so aus, wie das, was wir hier haben. Und nach diesem Flat geht es in diese Richtung. Halte das immer im Hinterkopf für all diejenigen, die jetzt sagen, ich bin total begeistert, hier ist es, kann gar nicht mehr nach unten gehen. Entscheidend, ob dieses Szenario kommt oder ob dieses Szenario kommt, ist, was quasi jetzt hier im Anschluss passiert. Korrigiert das hier runter, ist der Trigger die beste Einladung für weitere Longs und dann auch schnell neue Allzeithochs, was auch immer schnell bedeutet, aber ich sage mal ähnlich dynamisch wie das, was wir hier haben. Halte ich für sehr realistisch, bräuchte aber früher oder später diesen Rücksetzer. Wann auch immer der passiert, wenn wir Pech haben, passiert er erst ein bisschen höher, da müssen wir noch ein bisschen warten, kann man vielleicht auf kleinerer Ebene was tun. Aber im Moment seht ihr schon, aktuell sind Käufe. Wie attraktiv sind Käufe, wenn der Markt so nach oben geht? Überlegt es euch selber. Der Markt hat es euch gezeigt. Naja, so richtig doll ist es nicht. Der Markt bricht dann auch ruckzuck ein. Also Korrektivmuster sind keine gute Einladung für die entsprechende Richtung, die man da hat. Geht der Markt aber nicht korrektiv hier runter, sondern geht er steil runter. Das ist genau das Gegenteil zu erwarten. Nämlich nicht, dass es weiter nach oben geht, sondern dass jedwede Zwischenpause für weitere Shorts eben nochmal genutzt werden kann. Welches von diesen beiden Mustern jetzt passieren wird, das steht in den Sternen. Das Schöne ist allerdings, das kann man sehr leicht erkennen. Ich denke, eine Linie von einem Wackelkurs zu unterscheiden, ist relativ easy. Vergleicht diese Bewegung mit dieser Bewegung. Ich mache nochmal meinen Gekrickel weg. Dann seht ihr ziemlich klar, okay, das kann man wohl unterscheiden. Das ist eine zumutbare Aufgabe. In diesem Sinne hoffe ich, dass ihr vielleicht für heute Nachmittag, ich hatte ja was angesprochen, hier bei den US-Indizes zumindest mal, dass für die Kurzfristigen unter euch da noch das ein oder andere gute Geschäft mit dabei ist. Dafür drücke ich euch sehr die Daumen. Für alle Längerfristigen, denen wünsche ich ein wunderbares Wochenende. Und wir sehen uns mit Sicherheit nächste Woche wieder, wenn ihr denn mögt und euch das Ganze wieder anguckt. Bis dahin, macht's gut, liebe Grüße.